Die Due Diligence-Prüfung gehört zu den zeitaufwendigsten und wichtigsten Phasen einer modernen Unternehmenstransaktion. Werden nun im Rahmen der Due Diligence Probleme oder Risikofaktoren aufgedeckt, stellt sich schnell die Frage, wie hiermit aus Käufer- bzw. Investorensicht umgegangen werden soll. Idealerweise können Probleme natürlich entweder ausgeräumt oder zeitnah behoben werden. Doch was, wenn eine Behebung nicht vor dem Signing des Kauf- oder Beteiligungsvertrages möglich ist bzw. identifizierte Risiken eines Unternehmens definitiv nicht von der Hand zu weisen sind? In diesem Falle kommen aus anwaltlicher Sicht verschiedene Vertragsklauseltypen in Frage, die ich persönlich gerne als Due Diligence-Fallbacks bezeichne. Welche das sind und welche Rolle sie bei Unternehmensverkäufen, Beteiligungsvereinbarungen und Finanzierungstransaktionen spielen können, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go Beyond Return! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahlger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. In einer früheren Ausgabe hatten wir uns bereits Sinn und Funktion einer Due Diligence-Prüfung bei M&A, Venture Capital, Private Equity, Technologietransfer und Joint Venture Transaktionen angesehen. Auf Basis der während der Due Diligence-Phase gewonnenen Erkenntnisse wird nun im nächsten Schritt der konkrete Hauptvertrag ausverhandelt. Also bei M&A-Transaktionen der Unternehmenskaufvertrag, kurz SPA, bei Venture Capital und Private Equity Transaktionen der Beteiligungsvertrag oder englisch das Investment Agreement und bei Joint Ventures natürlich das Joint Venture Agreement. Deren konkrete Gestalt ist nun denklogisch der unmittelbare Ausfluss der im Zuge der Due Diligence identifizierten Probleme und Risiken. Wenn ein Unternehmenskäufer, Investor oder eine finanzierende Bank auf eine konkrete Transaktion blickt, ergibt sich naturgemäß das folgende Bild. Die wertbildenden Faktoren eines Deals liegen entweder im Hellfeld, im Graubereich oder im Dunkelfeld. Im Hellfeld liegen alle diejenigen Informationen, die im Zuge der Due Diligence-Phase gegenüber der Käufer- bzw. Investorenseite offengelegt und damit bekannt sind. Im Graubereich liegen diejenigen rechtlichen und wirtschaftlichen Tatsachen und Risiken, für die es im Zuge der Due Diligence-Prüfung Anhaltspunkte bzw. Verdachtsmomente gab, deren Vorliegen oder Materialisierung jedoch noch nicht sicher ist. Und im Dunkelfeld liegt alles das, was entweder bewusst nicht offengelegt oder geprüft wurde, nicht überprüfbar war oder schlicht übersehen wurde, ohne Teil der Due Diligence gewesen zu sein. Hierzu ein Beispielsfall. Ein strategischer Investor beabsichtigt den Kauf eines Unternehmens aus der Chemiebranche. Im Zuge der Due Diligence-Prüfung liegt die Verkäuferseite dem potenziellen Käufer offen, dass kürzlich aufgrund umweltrechtlicher Verstöße für einen vergleichsweise kleinen Standort in Süddeutschland eine behördliche Stilllegungsverfügung nach § 20 des Bundesemissionsschutzgesetzes angeordnet wurde. Dieses Problem ist der Käuferseite also positiv bekannt und liegt damit im Hellfeld. Nach genauerer Lektüre der behördlichen Verwaltungsakte ist nicht auszuschließen, dass auch an einem anderen Standort in Norddeutschland ähnliche umweltrechtliche Verstöße begangen werden und deshalb die dort zuständigen Behörden eventuell ebenfalls irgendwann einschreiten könnten. Das Risiko einer behördlichen Untersagung in Norddeutschland liegt also im Graubereich. Es gibt diesbezüglich begründete Verdachtsmomente für ein juristisches und wirtschaftliches Risiko, das sich allerdings noch nicht realisiert hat. Was der Unternehmenskäufer nicht weiß und auch nicht aus dem Datenraum entnehmen kann, wäre beispielsweise, wenn an einer Produktionsanlage ein bislang unerkannter technischer Defekt vorliegt, der drei Monate nach dem geplanten Closing zu einem Austritt gefährlicher Flüssigkeiten führt. Dieser letzte Umstand liege deshalb im Dunkelfeld. Bei der Verhandlung einer jeden Unternehmenstransaktion geht es jetzt im Wesentlichen um zwei Punkte. Erstens die Findung eines angemessenen Kaufpreises und zweitens eine angemessene vertragliche Risikoverteilung zwischen den Parteien, um sozusagen die Angemessenheit des vereinbarten Kaufpreises abzusichern. Beide Punkte stehen logischerweise in einem Wechsel- und Spannungsverhältnis zueinander. Nun, aus anwaltlicher Sicht lässt sich dies jetzt alles mithilfe von sechs Klauseltypen vertraglich adressieren. Erstens natürlich die Kaufpreisklausel und die Abreden zu einer möglichen späteren Kaufpreisanpassung. Zweitens die Vollzugsbedingungen, englisch Closing Conditions, in Finanzierungstransaktionen bisweilen auch als Conditions Precedent oder kurz CPs bezeichnet. Drittens Rücktrittsrechte zugunsten der Käufer- bzw. Investorenseite, englisch Rescission. Viertens Gewährleistungen und Garantien, englisch Representations and Warranties oder kurz Reps and Warranties. Fünftens Haftungsfreistellungen, englisch Indemnities. Und sechstens Verhaltenspflichten für die Zeit nach dem Closing, englisch Post-Closing Undertakings. Die Kaufpreisklausel bewegt sich grundsätzlich im Hellfeld und im hellgrauen Bereich. Aufgedeckte und höchstwahrscheinlich materialisierende Risiken des Transaktionsgegenstandes werden üblicherweise in den Kaufpreis und dessen Anpassungsmechanismen eingepreist. Die Vollzugsbedingungen der Transaktion betreffen ebenfalls das Hellfeld und den Graubereich. Die Idee hierbei ist, dass das Signing, also die Unterzeichnung der Verträge, und das Closing, also der Vollzug der Transaktion, voneinander entkoppelt werden. Im Unternehmenskaufvertrag bzw. in der Beteiligungs- oder Finanzierungsvereinbarung verpflichten sich die Parteien grundsätzlich rechtlich bindend, stellen jedoch den Vollzug der Transaktion unter bestimmte Bedingungen. Mit anderen Worten, im Zeitraum zwischen Signing und Closing wird ein Zeitfenster geschaffen, in dem aufgedeckte Probleme beseitigt werden können. Closing-Conditions eignen sich daher insbesondere für Handlungen, die zeitnah durch die Parteien noch vorgenommen werden können. Typische Beispiele sind vorbereitende Maßnahmen bei einem Asset-Deal bzw. Carve-Out, die Einholung fehlender behördlicher Erlaubnisse, die Beseitigung von aufgedeckten Covenant-Breeches gegenüber finanzierenden Banken, z.B. über einen sogenannten Waiver-Letter oder auch die Erledigung eines noch schwebenden Rechtsstreits durch ein Settlement mit der Gegenseite. Allerdings ist bei der Verhandlung von Closing-Conditions immer höchste Vorsicht geboten. Besonders unerfahrene Verhandler lassen sich auf zu viele oder zu unbestimmte Closing-Conditions ein. Dabei besteht das signifikante Risiko, dass einer Partei durch bewusste Vereitelung des Eintritts einer Closing-Condition ein Weg aus dem eigentlich bindenden Vertrag eröffnet werden könnte. Hier leidet also die Transaktionssicherheit für die Parteien. Zwar gilt im deutschen Zivilrecht gemäß § 162 BGB das Prinzip von Treu und Glauben auch bei der Vereitelung von Bedingungseintritten, jedoch führt dies regelmäßig zu komplexen Beweisfragen in einem möglichen Rechtsstreit. Deshalb sollte man das nach Kräften verhindern. Weiterhin muss im Falle von fremdfinanzierten Unternehmenstransaktionen sichergestellt sein, dass die Closing-Conditions in verschiedenen Verträgen aufeinander abgestimmt sind, sie als Unternehmenskäufer also beispielsweise Kreditmittel unter der Bankfinanzierung auch tatsächlich ziehen können, wenn sie benötigt werden und keine Bedingungskollisionen auftreten. Der dritte Klauseltyp, das Rücktrittsrecht oder englisch Recision, betrifft den Graubereich und das Dunkelfeld. Sollte sich ein vermuteter Risikofaktor materialisieren oder ein bislang unerkanntes Risiko aus dem Schatten heraustreten, behält sich eine Partei das Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor. Wie auch schon bei den Vollzugsbedingungen ist hierbei eine sehr präzise Umschreibung der Rücktrittsgründe sehr wichtig. Ferner empfiehlt sich in der Regel auch eine Befristung des Rücktrittsrechts über ein sogenanntes Long-Stop-Date, um nach Ablauf einer bestimmten Zeitperiode Rechtssicherheit zu erzielen. Der große Nachteil an Rücktrittsrechten liegt darin, dass abhängig von der konkreten Transaktion die Rückabwicklung sehr kompliziert und teuer werden kann. Dem Grunde nach gelten hier die § 346 fortfolgende BGB. Auch gibt es insoweit häufig datenschutzrechtliche Fallstricke, wenn beispielsweise im Falle eines Mergers bereits Daten zwischen den Vertragsparteien bei der Zusammenführung administrativer Funktionen ausgetauscht worden sind. Generell empfehle ich daher große Vorsicht bei der Vereinbarung von vertraglichen Rücktrittsrechten. Okay, kommen wir nun zum vierten Klauseltyp, den Gewährleistungen und Garantien oder Englisch Reps and Warranties. Diese betreffen grundsätzlich den Graubereich und das Dunkelfeld werden in der modernen Vertragspraxis jedoch auch im Hellfeld im Sinne einer Bekräftigung der Due Diligence-Ergebnisse eingesetzt. Hierbei sichert die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei einen bestimmten rechtlichen und wirtschaftlichen Zustand des Transaktionsgegenstandes zu. Deshalb finden Sie diesen Klauseltypus in deutschsprachigen Verträgen häufig auch unter der Überschrift Zusicherungen. Weicht der tatsächliche Zustand des Unternehmens vom vertraglich zugesicherten Zustand ab, entsteht ein Schadensersatzanspruch der Käufer- bzw. Investorenseite. Wie das System aus Garantien und Garantiehaftung im Einzelnen funktioniert, hatte ich bereits in zwei früheren Ausgaben aus der Serie Venture Capital im Detail erläutert. Meine dortigen Ausführungen gelten analog auch für andere Beteiligungstransaktionen und M&A-Deals. Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Rebs und Warranties eignen sich einerseits zur Vertrauensbildung und andererseits zur Beseitigung von Restzweifeln nach durchgeführter Due Diligence. Beispiel. Erwirbt ein Unternehmenskäufer ein größeres Unternehmen mit mehreren Standorten, wird er normalerweise nicht die Zeit und Ressourcen haben, an jedem Standort jede einzelne Maschine auf ihren Zustand hin zu überprüfen. Deshalb sichert der Unternehmensverkäufer der Käuferseite im Kaufvertrag schlicht zu, dass sich alle Produktionsanlagen in einem altersangemessenen und vollständig einsatzfähigen Betriebszustand befinden. Übrigens, hin und wieder kann auch die Abgabe von Garantien durch an der Transaktion nicht unmittelbar beteiligte Geschäftsführer ein M&A- oder Private-Equity-Deal überhaupt erst möglich machen. Wie ein solcher sogenannter Management Letter im M&A- und Private-Equity-Buyout-Kontext genau funktioniert, hatte ich in einer früheren Ausgabe näher beleuchtet. Einen Link hierzu finden Sie in der Beschreibung. Garantien und Gewährleistungen können vertraglich auch mit den eben schon besprochenen Closing-Conditions verknüpft werden. So kann die Verkäuferseite vertraglich zusichern, dass am Closing-Tag alle abgegebenen Garantien im Wesentlichen richtig und zutreffend sind. Findet also beispielsweise die Käuferseite einen Tag vor dem Closing heraus, dass eine betriebsnotwendige Maschine schlecht gewartet ist, kann der Vollzug der Transaktion unter Verweis auf die Fehlerhaftigkeit der Garantie verweigert werden. Wie ich eben schon erwähnt hatte, ist hierbei aber größte Vorsicht geboten, weil eine solche Closing-Condition eine Hintertür für den Fall eröffnen kann, dass der Käufer oder der Investor in letzter Minute kalte Füße bekommt. Eng verwandt mit den Garantien sind fünftens die Freistellungen, englisch Indemnities. Sie betreffen klassischerweise den Graubereich. Der Freistellungsschuldner verpflichtet sich, die Gegenseite von bekannten oder absehbaren Haftungsrisiken freizustellen. Beispiel, im Rahmen der Operational Due Diligence wurde aufgedeckt, dass möglicherweise ein fehlerhaftes Produkt durch das Zielunternehmen auf den Markt gebracht wurde. Um den Deal dennoch zu ermöglichen, verpflichtet sich die Verkäuferseite dazu, den Unternehmenskäufer von allen daraus entstehenden Kosten, insbesondere solche für Produktrückrufe, freizustellen. Der große Vorteil von Freistellungsklauseln liegt aus Verkäufer-Sicht darin, dass man hierdurch eine Reduzierung des Kaufpreises vermeiden kann. Die gut beratene Käuferseite wird allerdings darauf Acht geben, dass ihre Freistellungsansprüche möglichst gut abgesichert sind, beispielsweise durch auf einem Treuhandkonto geparkte Teilbeträge des Kaufpreises, der sogenannte Escrow. Speziell zum Thema Produkthaftung in der modernen Industrie hatte ich übrigens ebenfalls bereits ein separates Video veröffentlicht, das ich an dieser Stelle empfehlen kann. Einen Link finden Sie wiederum in der Beschreibung. Neben dem Graubereich können Freistellungen hin und wieder auch das Dunkelfeld mit abdecken, insbesondere im Hinblick auf aktuell unbekannte steuerliche Risiken. Inwieweit Dunkelfeld-Freistellungen im Einzelfall durchsetzbar sind, hängt maßgeblich von der Verhandlungsdynamik der Parteien unter Berücksichtigung des Kaufpreismechanismus ab. Okay, damit kennen Sie nun die fünf Highlights aus der anwaltlichen Werkzeugkiste. Kaufpreisklausel und Kaufpreisanpassung, Vollzugsbedingungen, Rücktrittsrechte, Gewährleistungen und Garantien und schließlich die Freistellung. Doch gibt es noch eine sechste Klauselgruppe, die ich persönlich zu den Due Diligence Fallbacks zähle, die nachwirkenden Verhaltenspflichten, englisch Post-Closing Undertakings. Diese Undertakings betreffen normalerweise das Hellfeld und den Graubereich, sie können aber bei kreativer Formulierung auch das Dunkelfeld über eine sogenannte Good-Faith-Klausel abdecken. Bei einem Undertaking verpflichtet sich eine Partei, nach dem Closing etwas Bestimmtes zu tun oder zu unterlassen. Der Klassiker ist insoweit bei M&A-Deals die Unterstützung der Käuferseite bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter. Beispiel, im Rahmen der Due Diligence-Prüfung wird ein Compliance-Risiko im Unternehmen aufgedeckt, das möglicherweise irgendwann zu einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung, Strafzahlungen und Schadensersatzforderungen führen könnte. Der Verkäufer verpflichtet sich deshalb auch nach erfolgreichem Closing, die Aufklärungs- und Verteidigungsbemühungen des Unternehmenskäufers nach Kräften zu unterstützen. Closing Conditions, Rescission, Reps and Warranties, Indemnities und Undertakings. Das sind also neben der Kaufpreisklausel die fünf wichtigsten Regelungstypen, mit denen man in einer Due Diligence-Prüfung aufgedeckte Risiken oder verbliebene Zweifel anwaltlich im Zuge des Beteiligungs- oder Unternehmenskaufvertrages adressieren kann. Im Kern geht es bei jedem dieser Klauseltypen um eine Verteilung wirtschaftlicher Risiken zwischen den Transaktionsbeteiligten. Aus Sicht des Unternehmens- bzw. der Unternehmensverkäufer steht insbesondere die Transaktions- und Finanzierungssicherheit im Vordergrund, aus Sicht der Unternehmenskäufer bzw. des Investors dagegen eher der Schutz vor Zahlung eines zu hohen Kaufpreises. Die Durchsetzbarkeit einzelner Klauseltypen zur Adressierung eines Risikofaktors ist dabei naturgemäß stark abhängig von Kräfteverhältnissen und der Dynamik des konkreten Verhandlungsprozesses. Zur weiteren Vertiefung der Thematik kann ich Ihnen einen Blick in meine Serien-Playliste Private Equity M&A empfehlen, sowie im Speziellen die Beyond Return-Ausgabe zum Thema Management Letter bei M&A-Transaktionen, in der es um die Überbrückung von Informationsasymmetrien auf Unternehmensseite geht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal hier bei Beyond Return. Untertitelung des ZDF, 2020